was die leute ich habe schon wieder so einheizner der tag ist schon wieder premium ja ich habe nämlich eine sehr tolle nachricht erhalten habe mir nämlich also auf der seite von dem video date und da wird weil freitag sind die ja in berlin bzw samstag bin auch dabei übrigens so und einer weiß auf der seite unterwegs und haben sie gesehen youtube video days creator academy kann man halt so war jetzt nicht sonderlich speziell erklärt aber dachte mir dann so lässt und wieso wieso workshop eben was letztlich auch der fall war workshop wo dann beigebracht würden youtube funktioniert wie man seine videos verbessert was man so eine ausstattung brauchen academy halt so eine anfänger kurs und und eigentlich hat angemeldet aber eintragen vornamen nachnamen youtube channel brauchte man eben die e mail interesse das habe ich gemacht man habe ich das gemacht heute kam die antwort und übrigens dann da noch der ort wird noch bekannt gegeben und das datum hatte ich entweder überlesen aber das datum war jetzt erstmal auch scheißegal sonst wäre sie nicht ganz scheißegal aber ihr werdet es sehen und dann sehe ich da so kriegt gerade die nachricht von youtube google.com blablabla liebe video days academy teilnehmer eure anmeldung zur academy war erfolgreich ich suche boah geil jetzt habe ich gespuckt kommen hier so ein paar stichpunkte datum donnerstag 30 april stand anscheinend schon vorher auf der seite aber war erstmal ist ja so nicht schlimm ne und dann veranstaltungsort blablabla blablabla die adresse sage ich jetzt nicht und dann zeit jetzt kommt registrierung ab 9 uhr der erste workshop mit white titty ich denn so alter workshop mit white titty der zweitmeist abonnierte kanal in deutschland beginnt pünktlich um 9.30 und da dachte ich mir so nein nein leute nein nein das kann jetzt nicht deren ernst sein sonnerstag das heißt übermorgen 9 uhr 30 in berlin das kann nein das kann einfach nicht sein denn habe das glück deutsch als prüfungsfach gewählt zu haben oder die tolle entscheidung getroffen deutsch gewählt zu haben die schreibe ich doch erstag um 9 uhr vier stunden lang ich verpasse meine chance white titty zu treffen die mir etwas über youtube die mir youtube beibringen diese verfickte geile chance verpasse ich weil ich eine vierstündige deutsch prüfung schreiben muss ein genau an diesem tag ich habe prüfung bis ende nächsten monats hätten die das nicht mal ich hätte auch mathe schreiben können hätte ich deutsch nicht gemusst aber nicht mathe ne vergiss es deutsch donnerstag 9 uhr musste ich in meiner dreck schule sein anstatt in berlin bei white titty die mir etwas über youtube erzählen und den ich mich wahrscheinlich noch persönlich unterhalten könnte und autogramme kriegen könnte und blablabla hier sind noch andere kanäle ich kenne zwar nicht alle aber wie zum beispiel sie in take tv oder digg ist ding oder klick zum also krachten krachten alter krachten würde ich auch gerne mehr kennenlernen ich könnte könnte mir den machen könnte wieder allen möglichen dreck gegen die wand schmeißen ja ja meine eltern will ich hier so richtig schön ihre anmeldung war erfolgreich geil ich habe keine ahnung wie viel sich beworben haben wie viele angenommen wurden genau und dann ja der erste workshop mit white titty ein workshop mit white titty beginnt um 9 uhr 30 so ist das nun mal im leben Untertitelung des ZDF, 2020